Mario Brothers U Das wird der letzte Part sein, bevor wir Bowser treffen, oder wenn wir Bowser treffen, ist es mal ganz schön knapp. Ich würde sagen, ich renne hier durch, das geht wahrscheinlich etwas besser. So, die Hälfte haben wir schon geschafft. Okay, okay, okay. Das da wollen wir haben. Nein! Ah, ist das gemein! Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Dann halt nochmal. So, und ich möchte euch ja ganz gerne noch diese Special-Geschichten zeigen, wie Münzjagd und was es da nicht noch alles gab. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber das würde ich euch ganz gerne zeigen. Und wenn ich so weitermache, dann kann ich das abhaken. Vielleicht wird mir wahrscheinlich wieder angezeigt, Luigi hilft mir. Was ich mal eine ganz, ganz schlechte Idee finde. Yeah, ich werde groß. Funktioniert. Ja, es funktioniert so, wie ich das mir vorstelle. Ja, 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 nein. Gott, ja, ich habe es jetzt gar nicht da unten für voll genommen. Und ich habe auch das Fliegding nicht mehr, das habe ich jetzt auch nicht für voll genommen. Was gibt es hier? Nichts. Gar nichts. Nee. Lauf, 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 lauf. Du Sack. Das ging jetzt so schnell nach unten. Ja, also jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad ganz schön an. Finde ich nicht in Ordnung. Das Spiel ist viel zu schwer. Ganz ehrlich, Leute, das Spiel ist so schwer. Ich sage es ja schon die ganze Zeit, dass dieses Spiel hammerhart ist. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Ich finde das Spiel immer noch viel zu einfach. Und muss sagen, ich finde es aber gut, dass jetzt hier ein bisschen mal was geboten wird. Und ja, dass wir verloren haben, das ist unsere Schuld. Also da können wir niemanden dafür verantwortlich machen. So, jetzt sollten wir hier oben bleiben. Da merkt sich das, wo wir langlaufen und wann wir hier langlaufen. Ja, hallo. Alter Schwede. Ah, fuck. Komm, ein Stück schneller. Hä? Ist da unten nichts? Aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist das eigentlich Quatsch. Warum sammle ich die Münzen überhaupt noch rein? Wir lassen die Münzen jetzt mal links liegen. Die braucht kein Mensch. Vor allem, da wir ja jetzt schon am Schluss sind. Der kommt immer weiter vor, oder? Könnte sein. Da wir ja am Ende sind und ich immer noch nicht weiß, was die Münzen zu bedeuten haben. Ich werde das mal googeln, wenn ich hier ein bisschen weiter bin. Mach, 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 mach. So. Da hoch noch. Ja, schön. Schön, verarscht haben sie mich. Aber seht ihr, wir sammeln keine Münzen ein und zack, sind wir durch. Okay, Mario-Time. Hat der jetzt auch lang genug gedauert. So, auf zur nächsten Welt. Ich denke mir mal, das werden ja alles jetzt Lava-Welten sein. Reise übers Magma-Meer. Magma-Meer? Das könnte auch ein Pokémon sein. Wann, das schon wieder? Oh, das ist schon wieder. Ach du meine Güte, ist das süß. Können die mir überhaupt was tun? Ich weiß es nicht. So. Ich werde mal gerade etwas interessieren. Vor allem, wisst ihr, woher diese Viehstörter aus der Lava geklaut sind? Die sind von Yoshi geklaut. Was tun diese Kleinen hier? Na? So, du gehörst mir. Kann mir jemand verraten, was die Zahlen hier zu bedeuten haben? Vier, eben war es fünf. Jetzt ist es wieder fünf. Kann ich nicht so ganz... Ich verstehe es nicht ganz. Das nervt mich schon ein bisschen, ne? Das wisst ihr doch. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ich muss da drauf bleiben. Oh, 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 oh. Dann bleiben wir mal drauf. Ne, garantiert nicht. Genau, wir müssen da drauf bleiben. Und dann... Macht das einen Sinn. Oder es hat was mit den Gegnern zu tun, so wie das gerade aussieht. Na? Wie so eine Aufzugslast. Ja, weil jetzt geht die Zeit nicht runter. Ja, das hat was mit den Gegnern zu tun. Obwohl ich nicht ganz verstehe, was dann passiert. Ob es dann untergeht oder nicht. Und die Welt haben wir auch geschafft. Sehr gut. Gehen wir mal in das Schloss. Vor dem Schloss. Das Schloss finde ich immer genial. Warm genug? Ja, hallo. Hast du was zu bedeuten? Ach nee. Er macht einfach nur... Na? Na? Alter Schwede. So. Beidung, Beidung, Beidung. Hier ist bestimmt irgendwas zu... Testen. Tschüss. Jetzt kann man es testen, aber nö. Hm. Uninteressant. So, das Ding brauchen wir nicht. Wohl fliegen könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Ja, ich hasse Level, wo ich warten muss. Ich hasse solche Level. Naja. Wir können es ja jetzt nicht ändern. Okay, das ist vorher unempfindlich. Äh. Hälfte ist geschafft. Okay. Ja, ich werde jetzt gerade... Oder ihr merkt, ich rede gerade nicht so viel. Tut mir leid, aber ich muss mich hier gerade etwas konzentrieren. Ich habe im ersten Level, äh, in dem Part jetzt schon ziemlich viel Zeit verloren. Was so nicht geplant war. Aber das Level... Nein! Aber das Level, muss ich sagen, gefällt mir. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ich Idiot. Mach hin. So. Also groß sein will ich wenigstens. Gut, gut, gut. So. So. Ah, Mist. Ne, doch. Passt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Diesmal warte ich. Ah, ich finde die Idee cool, dass hier die Gegner im Prinzip... Hä? Wie soll ich denn das machen? Shit. Okay, das kann eine Weile dauern. Dass die Gegner im Prinzip hier, äh, von der Lava, ich sag mal, verschuldet bleiben. Mann. Das gibt's nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir, ja, auf das Vieh drauf springen können. Ich weiß es aber nicht. Wir werden das jetzt mal hier testen. Tatsache. Na? Gut, dann wissen wir doch, wie immer weiterkommen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber... Passiert. Das wusste ich. Ich wusste es. Ding, 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 ding. So, jetzt sind wir klein, was mir gar nicht gefällt. Waut da was drinnen? Nein, war da was drinnen? Nein. Da ist bestimmt was drinnen. Ich möchte gern... ... etwas größer sein. Nein, 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 nein. Gott, oh Gott. So, mein Freund, jetzt brauchen wir dich. Ja, es kann so einfach sein, aber da muss man erst mal drauf kommen. Na, bewegt sich das ja auch? Sieht nicht so aus. Okay. Also von der Zeit her sind wir noch ganz gut. Und ich sag mal, wenn wir dann jetzt gleich Bowser begegnen und überziehen ein bisschen, ist ja nicht so schlimm. Aber die Welten, gerade die letzten Welten, sollten dann doch ein bisschen schwerer sein. Obwohl die Welt jetzt eben nicht unbedingt schwer war, finde ich. Also, es war eigentlich nur meine Blödheit, dass ich da nicht drauf kam. Ansonsten, äh... So, und hier, das steigt langsam, oder was? Und ich muss nach oben. Das wäre ja noch so das Level, was fehlt. Aha. Hä? Ach so. Okay, wieder so ein Level, wo ich hier... ... mit der Fernbedienung... ...hä? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Aber ist okay. Ach, jetzt geht's. Ja, das hat was mit den Gegnern zu tun. Alles klar, ich hab's verstanden. Dann sollte ich mich jetzt etwas beeilen. Du Sack. Hä? Was? Ach, die Punkte auch? Oh Gott. Kann's doch übertreiben. Nein. Schön, schön, schön. Das brauche ich noch. Ah, das gibt's nicht. Irgendwie komme ich mir gerade so vor, als ob ich mich wie der erste Mensch anstelle. Das hätte gerade schon wieder nicht sein müssen, ganz ehrlich. So, wir wissen aber jetzt, was, wie und wo. Und da können wir natürlich drauf reagieren, obwohl mich das gerade echt nervt, das Gamepad so zu benutzen, dass man das nicht einstellen kann. Ja, alles noch ganz gut. Du gehst weg. Du gehst weg, du gehst weg. Ich nehme mich mit. So, da sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Was da drin ist, ist bestimmt ein Leben. Nein, eine Eisblume, die ich nicht kriege. Na, komm her. So, jetzt gehen wir einmal hier rum. Ja. Wenn man es einmal verstanden hat, dann, ja. Dann weiß man, wie es geht, ne? Ist ja logisch. Und dann kann man da auch drauf reagieren. Mach hin, mach hin. Junge, Junge. So, jetzt aber. Na, wunderbar. Nehm oder nicht nehm, nehm oder nicht nehm. Ach, komm. Okay, gut. Weg. Alles gut, alles gut. Achso, ich hab da schon. So, jetzt wird es interessant. Warum? Ah, es dauert so verdammt lange. Komm her. Ja, ich mach hin. Das dauert so wahnsinnig lange. Das ist echt schlimm. Das nervt ohne Ende. Alter. Wir wollten mich da ärgern. Aber hier ist dann jetzt hier Feierabend. Du kannst wegbleiben. Das ist mir jetzt relativ. So, gut. Ne echt coole Idee, muss ich sagen. Also gefällt mir. Klopp. Das müsste jetzt das letzte Level gewesen sein. Und jetzt stellen wir uns raus. Ich hoffe, der Kampf dauert nicht zu lange. Ansonsten werde ich hier trotzdem ein Cut machen. Also ich weiß es nicht. Ich werde jetzt sehen, ob der Part jetzt hier vorbei ist. Oder ob ich da ein extra Level draus mache, wenn das doch zu lange dauert. Denn hier ist schon wieder eine Welt. Einmal speichern. Ja. Ich werde jetzt noch ein paar Mal sehen.